Wer hätte je gedacht? Wer hätte gedacht, dass aus Gottfried Jettas kleiner Werkstatt einmal das Weltzentrum der Medizintechnik hervorgehen würde? Die Weltzentrum der Medizintechnik hervorgehen würde, Wer hätte gedacht, dass in diesen Instrumenten für so viele Menschen so viel Zukunft liegt? Wer hätte gedacht, dass wir durch den Einsatz kleinster Titanklips im Gehirn so viel Leben schenken können? Wer hätte gedacht, dass wir Menschen durch künstliche Gelenke ihre Freiheit und Mobilität zurückgeben können? Wer hätte gedacht, dass kleine Drahtgeflechte Millionen Herzen weiterschlagen lassen würden? Wer hätte gedacht, dass so viel Möglichkeit vor uns liegt? Heute operieren wir erfolgreich in den sensibelsten Bereichen, um Menschen ihre Zukunft zurückzugeben. Wir bringen sie in Bewegung und geben ihnen neue Lebensqualität. Wir machen innovative Technologie nutzbar und entwickeln immer bessere Lösungen, um Patienten schnell die nächsten Schritte zu ermöglichen. Wir tauchen tief in den Körper ein, damit Herzen wieder höher schlagen dürfen. Innovation in der Medizin macht so vieles möglich, was wir nie zu denken gewagt hätten. Als Teil der renommierten B-Braun-Gruppe tragen wir zu diesem Fortschritt bei. Mit innovativen Produkten und unserer Expertise. Im Dialog mit all jenen, die sich für die Gesundheit der Menschen engagieren. Damit aus Gedanken spielen Zukunft wird. Esculap ist weltweit verlässlicher Partner der Chirurgie. Seit 150 Jahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.